so willkommen zurück zu einer weiteren runde hier die brock galactic survivors und wir ballern hier einfach durch die kristallkavern unter stuhl 4 mit dem speer und gleich hier scharfschutze gleich in die folgen reingehen ein bisschen hier entspannung kann ich da mal hier ist der loot brauchen wir ich muss ein bisschen ep kriegen ich hasse diese flotter fische der anfang so schwer ist das haben sie auch neu gemacht das ist neu ooooh we spawn oh gedodged äh bummerang komm mal hier bitte äh äh hallo hallo oh dankeschön äh ne das bedes nitra mehr schaden jetzt schon äh ok äh feuerrad äh äh bewegung ich brauche mehr movement äh äh komm mal hier bitte hier durch hier liegt ja ganz äh die ganze ep mh naja und wo noch irgendwas anbringen alles meins schaden der flatterfee ist ja immer noch da hier kann er mal sich bitte verlinisieren oh oh das ist mir so eine gute idee hier mit der ganzen nitra ich denke schon feuerrate nachlader mein feuerrad ist eigentlich uninteressant eher nachladen schaden schaden äh ja ok ja nachladen ist auch gut wir sind verdammt langsam eigentlich wird er gut an hier ich muss ja noch meine quest machen äh nein nein check äh oh die ep krieg ich nicht ich will bitte explodieren äh äh 15 wtf äh taser eigentlich auch nicht schlecht der macht die alle langsam das ist kacke komm mal ein taser mit mir aber hier bitte äh verschwählen die burs äh hier so ah okay so äh wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen schneller machen Das ist nicht... äh... Potenzial. Drittchance. Und ja, das war's. So, was man hier das Leben mit. Zuckerschnurren. So. Oh ja, wir sind hier für Blumenschlaveraffenland. Oh, noch Potenzial dabei. Wenn man das heißt. Und ja. So werden wir schon wieder Mutra gesammelt, ne? Werden wir ultraschnell. Ähm, hallo? Macht'n der hier? Kann er mal bitte hier explodieren? Dankeschön. Das war noch eine Blume. Bitte. Okay. Äh, Bewegung. Da kann man mehr in Mutra mitnehmen. wo wir wiederum mehr Schaden machen. Alles so ein Teufelskreis hier. So, hier gehen wir durch. Check. Ähm, hier nochmal, hier die Wand entfernen. Und dann hier, Katerpeng! Äh, uhuhuh. Hit. Äh, Hilfe. Ach, leider. Immer, ich brauch Zucker. Ich brauch tonnenweise Zucker. Wieso, stirb? Oh, nice. Oh, jetzt stirb. Ist gar nicht gut. Oh, irgendwas für Leben. Die Schaden ist eigentlich schon nicht schlechter. Jetzt stirb. Oh, alter. Ah. Hi, der Bass ist schon da. Ich brauch doch noch hier, äh. Bingo. Ja, nice. Oh, das brauch ich. Ah, jetzt. Jetzt wird ein Schuh draus. Äh, äh. Uh, Lebensleiste vom Boss. Sau stark. Das war auf jeden Fall auch notwendig. Äh, Movement. Ich brauch mehr Movement. Da ist ja so viel Gold. Irgendwas verpasst. Oh, der Boss ist tot. Ich brauch die GK-Kick. Ich brauch die GK-Kick. All tasks complete. Stand yourself. The Drop-Pot is prepped and ready. Get on it before it leaves. Kritt Chance. Oh, wie ich. Ich weiß gar nicht wie gerade mein Schaden ist von meiner Primärwaffe. Uh, wenn ich hier oben den Blutrauf bisschen mit mir wenigstens. Und jetzt müssen wir Attacke. Äh. Ab. Bau. Schaden. Ja, Schaden. Komm. Ah, das ist schon wieder viel zu knapp hier. Und ich muss mich hier durchbauen. Oh, kacke. Das war Schappi mit 40 Grad Fieber. Holy Quackermode. So, wir sind schon verdammt langsam. Äh. Wie ist denn unsere Crit Chance aktuell? 79 Prozent. Ja, das sieht gut aus. Auf jeden Fall Movement brauchen wir. Äh, Rüssi. Reiten wir mehr aus. Und hier ein bisschen, dass wir ein bisschen schneller wieder sind. Please. If I do it, I'll have to do what I do. Too expensive. Too broke. Should have asked for a race. Kacke. Oh, zu gierig für den anderen Mist. Okay, Zucker. Zucker. Ich brauche Zucker. Das ist ja damit. Dankeschön. Okay. Gehen wir erst mal kleines auf Ultra. Das heißt, wir sind ab sofort wieder langsam. So. Blumen. Oh, da war irgendein. Fuck. Hier unten sind noch Blumen. Und wir können uns. Da hinten ist auch noch Zucker. Das Zucker nimmt auf jeden Fall mit. Nice. Schaden und Abstoß. Oder Feuer. Macht halt zusätzlich Schaden. Oh. Oh. Hallo? Könnt ihr mal hier so ein bisschen schärfen? Uuuuua! Wo kommen die alle her? Ehm, Mayday, ihr habt ein Problem! Ehm, ähm, uh, uh, da ist was, uh, etwas explodiert. Ähm, ja, gut, Problem, höchst, Freilade brauchen wir nicht, haben wir gesagt, äh, Nachlade generell. Shhhhhh, EP. Uuuuh, ja, easy, ne? Oh, guck mal hier sind wir noch mal zucken, boah, Glück. So, jetzt sind wir wieder full live, verschockt positiv. Äh, was ist da? Geh kaputt. Äh, Moment, halt! Jetzt, komm mal hier. Feuerrad, denn das brauchen wir nicht, wenn wir stehen bleiben. Das ist zu well, war nicht schlecht. Ähm, ne, das brauchen wir nicht, wenn wir fast hier nicht. Stopp. Äh, da sehe ich einen Magneten auf mich fliegen. Mehr Kripp. Achso. Äh, super. Immer du nachlegst. Ja, komm. Hätten wir auch die... Ah! Wo kommen denn die jetzt hier alle hier? Äh, könnt ihr mal sterben oder so? Äh, Moment. Äh, nachhauen. Gut, die sterben schon alle. Perfekt. Äh, Schaden. Die. Aber, das ist schon wieder da. Das ist ja unfassbar. Wie das Waffen-Trikum eins? Potentsi. Was heißt Potentsi? Das ist die... Moment. Äh, Waffen-Reichweite. Schaden. 82. Strahle einen. Schock. 20. 27 da wird der elektro schaden quasi erhöht von dem ding wir brauchen durch mit auch nicht und vier prozent auf hockey war hier dankeschön noch eine blume vielleicht finden unterwegs noch zufällig eine blume geht doch mal weg ich sehe nichts das bitte für knappe runden bloß ein strahl das ist stark nachlade alle deiner waffen leben habe ich glück nachkommen hier nachladen episch und blank so stufe vier nämlich zwölf pilze die ich sammeln muss wir haben noch einen pilz das ist eigentlich unser schaden 1.500 das ist ja und wenn ich irgendwie so knapp 25.000 oder wir haben noch ein pilz danke schön 1 1 komisch auch platter mann Die sterben ja auch, wie sie fliegen. Ach, dieser Profiss, ne? Flatter, Mann. Du stirb! Ach, Alter. Oh, da explodiert gleich was. Potenzie? Nice. Ja, nachladen, ne? Waffenreichweite. Plus 400% Waffenreichweite. Alter, wo fliegt das Ding jetzt hin? What? Was passiert hier? Mehr Movement. Äh, äh, wie, mal sterben hier? Mit dem dumm dämlichen Teilen hier. Waffe ich, waffe ich mal. Hala, äh, 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 äh. Maximaler der Eskalation, ich glaube, eeeeee, nachdem. The Skaradiers lit up like a Christmas tree. We got a swarm incoming. Christmas tree, Christmas tree. Hilfe! Joa, äh... Warte, lange. Oh, hier ist ein Pilz. Mit. Aids. Äh, Zucker nenne ich mit, ne? Äh, Zucker ist halt, äh, Zucker und so. Nice. Äh. 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 Oh, Senk. Alle. Au. Au. Du hast eine Sache explodiert. So. Hütte den Schaden 1% für jedes fehlende Leben. Au. Oh. Ich will noch ein bisschen, äh, EP mit einsohn. Schuss. Ist doch echt. 3-7. Also mit plus 15 da drauf. Ja. Dann, äh. Heilen. Und das hier abgibt. Probiert alle deine Geschosse in einen Dick-Boy. Dick-Boy. So, jetzt bin ich auf den Schaden gespannt. Äh, dann müssen wir das lassen. Und dann gehen wir da rein. Der Drip-Nord wird emerge, wenn du die kleinen Kokoonen zerstörst. Und warte auf die Eliten. Keep your cool. Du wirst es einfach gut machen. Ich bin ja hier noch mal. Oh, 16.000. Okay. Wir machen gut Schaden. Ähm, glaub ich nicht. Was war das? Wow. Hier ist gerade irgendwas. Hier ist, äh, gefühlt alles gerade geplatzt. So. Ja, EP-Verdienst. Kannst du mal brennen? Oder was ist mit dir? Oh. Wie hier oben? Ah. Oh. Dass du passt. ja ja mit dem schaden und mit zuckerbank und hier ist die dran mehr schaden umso mehr schaden ich bekomme umso mehr schaden immer hier bitte sterben das ist mit euch ja nicht in ordnung eine reihe leer ja gut da kann man nur auf die ich brauche noch meinen kleinen fein drop ich komme hier geblieben nein nicht auf den boss was zum henker kannst du sterben dankeschön kann der andere auch sterben oder was ist mit dem oh wow hör auf zu ruckeln spiel und du stirbst kann ich hier noch den markt mitnehmen oh ich brauche nicht mehr viel was war das bitte von geiler boss so so mit äh feature und feature und auf äh feature und oh oh nein mir fehlt doch noch EP nein braucht doch stufe 55 glaube ich war das 55 der schaden am ende war stark der boss war ja cool aber ich habe es nicht geschafft was soll mit dem aufklärer ok wo bin ich jetzt ausgefallen ach das ist ach das ist der oh der ist anstrengend da möchte ich mal einen guten loot spot äh nachwarten gibst du nicht down am anfang das ist so unfassbar eins mit dem neuen update die doch weg ihr komisch beteiligt naja so bleibt auch genau sofort ja klar da wurde auch noch bei mir ja gut das buch ist halt stark ungeziefer taser da schießt er in die anderen richtungen ok wir schießen ja jetzt in alle richtungen wir machen wieder mehr schaden ooooh ooooh so äh äh gritschung ist eigentlich auch nicht schlecht wir müssen auch noch mal Nitra finden wir haben ja gar kein Nitra bisher gefunden das ist natürlich auch schlecht ach da ach da äh blumen danke boah kälte oder hunderte magazin die bessere variante die blumen haben wir vor wenn wir eigentlich kein leben mehr wenn wir unser leben geklaut immer noch ein bisschen mit zeugs den ersten buster gar nicht tot mit ins gesicht gesprungen irgendwie noch anderes zeugs muss ich aber hier treffe ich den? ja 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 naja klar ja 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 Okay, krass. Fest, fertig. Oh, der hat nicht mal angefangen. Der Aufklärer, der kriegt nur Gold hier, überall hingewiesen. Ich brauche mehr Schaden, viel mehr Schaden. Oh Gott, ich brauche mehr Platz. Sterbt doch hier blöden roten Teile. Ist auch so ein rotes. Ist... Wow, 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 wow. Äh, das ist, glaube ich, in der Sack, also, ne? Eigentlich gut. Da kann ich oben lang gehen. Wenn die hier oben mal drauf gehen würden... Oh. Ah. Ah. Geh mal hier lang, ne? Ein Kasi auf dem Bildschirm. Ich muss hier durch. Geht weg. Geht alle weg. Geht mir nicht auf den Sack. Du sterb. Boah. Die Schaden nehme, Ausweichung sind ja toll. Geht ein Schaden, ja, für Nitra wieder. Ich denke, das ist ja was. Ist das Stufe 2? Äh, noch mal. Boah. Nein. Ich war nicht schnell genug. Boah, ist das anstrengend mit dem Aufklärer. Ich dachte nur, ich brauche nur den Speer. So, der hat schon plus 35 Bewegung und Zeugs. Oh, Nitra! Oh. Oh, hier ist viel... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Wieso habe ich da keine Runde? Äh... Kein Nitra gefunden gehabt? Was ich jetzt hier finde, das ist wirklich mehr. So, da kann ich hier unten noch das Zeug mitnehmen. Oben ist immer noch Nitra. die bau reichen nummer zeug mit können wobei nachlader wenn ich dies jetzt richtig interpretiere dann haben wir eigentlich nicht geliebt mit nachladen zu viel Schraub in der Weg, die Zutaten können nicht landen. Entschließt es, Miner. Gut dann habe ich da oben das Technik weggekriegt aber wir haben jetzt schon mal das Schauschützengewehr, das ist schon mal gut aber das eigentlich nur auf Stufe 18 bringen komm hier die sterben eh mein, das ist ein Lattervieh hier gucken wir das mit äh Piers Sing und Kuss aus Mac äh Brume wir brauchen Brume hier oben ist ein Brume hier Brume er weg ist geplatzt oh ich fühlte so ein Flattermann am Start oh nice ja natürlich jetzt kommt dieser roter Pack auch noch mit dazu, den kriege ich nicht weg äh äh schaden generell es sind aber viele die da stehen äh schaden generell es sind aber viele die da stehen äh äh oh warum denn Feuerrate oh au ok wir laufen Feuerrate warum denn Feuerrate hier nehmen wir noch mehr auf oh nice äh wir können ja den Zucker mitnehmen Glück Cowabunga oh yeah eins dann gehen wir jetzt wieder hier runde Trigger mal hier ist auch noch was gedodged perfekt oder dann boost und ich ja bitte das Zeug hier abbauen dankeschön das war eigentlich mein Plan ist auch so ach komm jetzt nehme ich halt diese blöde Feuerrate mit ey Oh, 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 wo man hat? Ich muss hier weg. Hier muss glaube ich nichts mehr, ne? Oh, boah, EP. Oh, oh, das ist eine perfekte Sackgasse. Ich bin nur, den du dir mitnehmen und dann uns verduften. Und wir sammeln. Oh, kacke. Eppisch. Naja, komm, ich arbeite dran. Oh, nee, okay. Oh, nee, okay. Uuuuh. Okay, ich muss hier, ich muss hier so weg. Äh, Pfeilerade, komm. Da muss ich hin, da hoch. Können wir mal hier, äh, in Ruhe lassen. Au. Gerade Leben eingesammelt, ne? Kommen sie wieder ein, um die Ecke und hauen ein, einfach nur. Ach, komm, ihr blöden Ballermänner, ey. Machen wir's gut. So. Äh. Das ist unsere Hauptwaffe. Die ist aber bescheiden. Den müssten wir eigentlich leveln. 24. Schaffen wir beides. Und hier gehen wir durch den Berg durch. Und Restgold. Scampeln. Ja, noch was. Movement. Movement nehmen wir mit. Und, na gut. Gut. Nachladen. Und eine. 2D. Das muss ich hier sammeln. Ach. Okay. So, erstmal hier. Mitra. 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 Also. Wie viel Zucker bitte. Wow, Alter. Warum. Warum? Diese. Mächtigen roten Käfer. Die sind unbesiegbar. Alter. Ich bin zurück. Schickt mir doch gleich nur noch diese roten Käfer. Huch. Oh, so schrecklich ist es mal ausgetappt. 55 mit dem Speer, äh, Aufklärer, das ist, oh. Können schon ein bisschen anstrengend sein. Okay, Pipszern. Eins. 2, 3, 4, 5, schade. Vielleicht nehme ich auch einfach den Bonus vom Anfang mit, dass wir mit, äh, 35% Speed und, ähm, Nachladen kriegen um 12. Kann man da erst mal komplett auf Stärke gehen, weil wir sind eigentlich schon sehr, sehr schnell. Das kann man eigentlich ummünzen in Angriff, also müssen wir den passenden Drop bekommen. Dieser roter Käfer, der stoppt halt einfach nicht. Keine Chance. Der Waffe. 1. Boah. Alle. Okay, das ist wieder eine Zuckerrunde. Na, warte. Mir hilft noch den Pilz mit. Komm mal hier in den, in die Steine rein. Ich muss dann wahrscheinlich gleich hier so starten. Zweimal mit. Perfekt. Und jetzt kann man direkt. Hacke mal. Äh, direkten Buben. Oh. Oh, da ist dieser roter Käfer wieder mit dabei, ne? Den kriegst du wieder nicht down. Ich glaub, ich bin tot. Dritt ganz. Schaden, komm. Dann müssen wir hier so einen kleinen Weg ins Freikämpfen. Dann gehen wir hier nochmal. Oh. Sprengo. Brauche ich. Komm schon. Ja, warte. Und? Was kriege ich? Elektron. Ja. Ah, Gold ist kacke. Stein für Nitra. Das glaub ich nicht schlecht. Äh. Aufnahme range. Dann können wir hier oben mal lang gehen. Dann können wir hier das Zeug. Schaden. Okay. So. Das ist doch schon mal gut. Ähm, mehr in Feuerwade. Geht das irgendwas gestorben? Oh, wir können hier unten, äh, sonst hast du die Gold mitnehmen. Kommt der Boss. Da kommt man da. Äh. Okay. Pilze brauchen wir keine mehr. Wir nehmen es einfach mal im Objekt. Wie viele Pilze parken hier bitte? So, ich muss jetzt wieder da hoch gehen. So. Hier durch. So, das brauche ich nicht. Oh, hier oben ist jede Menge gestorben. Äh. Ah, mehr AP verdienst. Schaden. Oh, er ist nicht gestorben, ne? Oh, er ist nicht gestorben, ne? Oh, er ist nicht gestorben, ne? Oh, mein. Blöde, ey. Echt. Mehr Schaden. Au. Nicht ich soll schaden. Wo, wo kommen die alle her? Okay, da war der Boss mit dabei. Da haben die Zucker noch geparkt. Das ist gut. Gut. Okay, jetzt müssen wir aber hier langsam mal, äh, im Boss tosten. Okay, dann gehen wir hier komplett auf Elektro. Verstehe. Naja, die sind jetzt ein bisschen berüchtig. Ist auch gut. Das ist auch gut. Ja, schade um Potenzie, ne? Oh, jetzt ist wieder die so violette Käfer da. Oh, da oben war noch jede Menge. Ah, ah. Ja, na klar, die explodieren jetzt noch. Oh. Leben wir eigentlich? Geht das nehmen wir schon mal mit für 35? Oh, yeah. Now we're talking. Okay, da haben wir nix mehr. Dann nehmen wir Leben mit und Rüstung. Okay, das kann man sparen. Da gehen wir nochmal rein. In die zweite Runde. Hier, 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 hier. Stopp, stopp, stopp. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Äh, stopp. Halt. Komm zurück. Was? So ein Held? Da drüben. Okay. Kürtchungse. Nachladen. Beutekiste. Uh. Nachladen haben wir eigentlich schon. Du hast eine kleine Chance hier nicht zurück zu finden. Das ist ja aber stark. Das sind auch Gegenstände. So, äh. Wo? Kommt denn die? Aaaaaaah. Dieser blöde Rode. Geh weg. Geh sterben. Geh kacken. Hauptsache du bist weg. Ich dieses Vieh hasse. Äh, nix. Ah, herkommen Feierabend. Machen wir Pits noch mit? Die haben wir noch. Zehn. Äh, zwei. Au. Oh, jetzt kommen die roten. Die haben wir noch. Zehn. Äh, zwei. Die roten. Die roten. Die roten. Die sterben. Die sterben halt einfach nicht. Immer wieder Colt rauskloppen. So eins, zwei. Äh, Pomerang schau. Oh, egal. Hier nochmal an dem Stein. Hier nochmal rum. Ops. Boah. Warum? Da kommen wir nicht hin. Au. Na klar, der nächste ist auch schon da. Kacke, 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 kacke. Komm schon. Jetzt renn doch hier durch, Junge. Oh, Farmer. Oh, wie? Warum? Äh, ich muss glaube ich erstmal noch meinen Drop holen, ne? Kann man hier explodieren? Okay. Diese roten sind auch schon da. Äh, Elektro, klar. Ja dann. Oh, ihr Arschkappen. Oh, oh. Da knallt's gleich richtig. Feuerrate. Ja komm, Schaden. Oh, du bist ja auch schon am Start. Okay. Achso. Wir haben ein bisschen Movement eingebüßt. So. Na klar. Wir brauchen auch noch mal ein bisschen zu rein. Wir haben hier vorn wieder eine Menge zugefunden. Ob das die Runde oder die andere Runde. Das ist schweiniger, das ist auch nicht schlecht. Und das ist ein bisschen Ramon-Kloppen. Mh, Zucker, wo bist du? Oh, der Magnet wäre glaube ich auch nicht schlecht. Hier unten ist Zucker. Sollte ich eigentlich... Würde klappen. Nice. Nice. Ja, Schaden. Oh. Oh, kack. Komm hier, Plasma. Och, du Heilige. Na, ob ich den Weg jetzt noch hinkriege. Uuuuuh. Äh. Okay. Durch den Boost. Boah, wir haben es nur durch den Boost eigentlich wirklich geschafft, ne. Wow. Okay, das war schon krass. Muss auf Schiffen wie ein Elch. Piercing plus 50. Äh, gut. Das nehmen wir einfach mit, ne. Kritschance ist auch gut. Die Potenz, die ganze Leben haben wir noch. Nein, ich habe aber fortfahren gedrückt. Ich wollte Gamble. Und auch noch mal rollen. Und auch noch mal rollen. Und auch noch mal rollen. Ich weiß nicht, was ich vielleicht nicht gesehen habe. Okay, wir müssen da sein. Perfekt. Oh. Kann ich denn vielleicht hier... Oh, jetzt kommt das rote Vieh schon wieder. Ich muss hier oben durch. Das... Keine Chance. Der Ode ist einfach so ultramächtig. Dankeschön. Und... So. Und... Grau. Gold. Und Co. Warum? Kommt der hier durch? Das ist doch... Ungefähr schon wieder. So, hier muss ich nicht viel weg machen. Das ist gut. Warte mal, jetzt kann ich mich schon aktivieren. Kann ich gut stehen bleiben. Und ich treffe diesen blöden Roten. Fuck nicht. Minus 30 Schaden, aber Kritschance und Kritschaden. Kommt. I'm gonna do something epic with this. Move man. Au. Jetzt bin ich ja wieder hinten in der Ecke. Boah. Oh. Au. Ich hab nicht mehr viel Leben. Nicht mehr viel Leben. Ich muss aber hier noch ganz weit durch. Und ich hab kein Zuber gesehen. Die will mir nicht gefallen. Oh. Kacke. Oh. Boah. Au. Drum. Wegen was? Ich hab nichts gemacht. Schnell ist nicht mehr. Es geht gar nicht mehr. Aber wie schnell ist n der Rode da oben bitte. Oh. Was kommt auch. 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 Ich muss hier durch. Oh. Oh. Zuber. No. 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 I. durchgebrochen hier oben haben wir noch ein bisschen zucker hier oben haben wir noch ein bisschen zucker hier oben haben wir noch ein bisschen zucker wo muss ich denn hin wie soll ich das machen wie hier sind alle ja gut wir müssen uns da hier so ein ding durchbauen schön 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 ja ja mein ass ist moving oh fuck oh fuck so ein stück ja ja danke schulz das ist nochmal fest dankeschön das war Nummer 304 boah gut machen wir hier eine kurze pause eine kurze pinkel pause und dann bin ich gleich wieder da dann ballern wir hier knadenlos in die nächste runde rein warte mal ich wollte aber schon auch nochmal die anderen bosses sehen jetzt drücken wir nochmal hier auf die drei und drücken hier nochmal den scharfschützen ein so dann haben wir hier noch ein paar pilze okay weggeschoben perfekt schaden 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 so nehmen wir mit die sind deutlich mehr geworden schaden oder hallo danke was war das denn warum schießt denn der nicht was soll das okay ins gesicht geht also ins gesicht geht hey oh hier muss ich alles abbauen Das ist das Kling auch abbauen? Ich glaube. Wir sind auch dran. Toll. Au. Au. Klar! Wie weit weg will ich noch sein? Oh. Danke. Jetzt krieg ich das auch mal. Sandwich. Warte. 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 Magazin nicht. Abschluss. Warte. 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 movement ist auch nicht schlecht manchmal gut schaden wird man grob sagen wir sind auch sehr schnell ich brauche noch ein nitra können auch noch brauchen so sind doch eigentlich schon so ziemlich gut durchgekommen abbauen habe ich auch keine schlechte idee den haben wir mitgenommen irgendwo was aus der wand an erz rausbrechen können da sind wir schnell hier ist geplatzt ich bin komplett auf schaden hier durchgehen hier durch immer ein bisschen ep mitnehmen bringen wir noch ein bisschen was in schaden rein noch ein pilz unterwegs mit und warten wir noch ein stück ok sind ein pixel zu hoch gelaufen machen wir noch mal mit schaden reichweite was und was nein blume ja du blume können wir eigentlich komm wir probieren mal die cryo granate die cryo habe ich nicht gut erfahrungen gemacht das hat bisher nie richtig gut funktioniert weil die auf einmal alle so langsam geworden sind und dann wieder nix mehr vorwärts und bleh ja schon mal den schaden gegessen toll ich habe mal sandwich gegessen unterwegs nochmal eine blume ok noch eine wo ich hier nochmal das gold mitnehmen ach du heilige das war ja äh den will ich mitnehmen äh schaden ok dankeschön dankeschön ja du schnecke stopp ich getroffen komm her gib mir dein loot ja 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 es geht beidem ja mal das war eine leppchen die das war eine wicke ja nicht das war kein was und ich bin Ja, der Boss ist noch nicht da. Dann können wir hier ein bisschen Karte aufdecken und Zucker sanne, unter anderem. Nice. Und vielleicht auch noch die letzte Blume hier. Danke. Potenzial. Wie Potenzial. Da drüben ist Zucker. Nice. Ah, guck mal. Schaden. Schaden zum Mitnehmen. Oh, yeah. Dumm, 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 dumm. Das Magnet. Uh. Geil. Kann man doch eigentlich direkt mitnehmen. Hu-hu-hu-hu. Potenzial. Noch, noch. Feu-rat. Komm. Ruhe mit deiner Feu-rat. Einmal hier durch den Bergen durchbauen. Dankeschön. Hier oben ist noch mehr Nitra. Nice ist fein. Können wir bitte sterben? Oh, wir müssen saulangsam, wir müssen definitiv... Feuerrate, was will ich denn mit Feuerrate? Öh... 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 Kann ich hier schonmal... In Legendary? Ich wusste, heute wird es gut sein. Und... Pfff... Müssen wir nochmal mit Gold gambeln? Wir kommen hier auf 400% gegen. Alle austauschen. Toll. Nochmal austauschen. Hm... Was noch? Er kriegt Schaden. Er ist legendär. Ich wusste, heute wird es gut sein. Ja. Okay. Okay. Jetzt auch wieder auf den Blumen. Okay. Jetzt auch wieder auf den Blumen. Boxen. Untrüben ist Zucker. Das ist gut. Noch mal Reichweite. Wie nehmen wir mit? Müssen wir uns jetzt mal durch den Berg bauen. Den habe ich gar nicht gesehen. Alter, der stirbt halt wieder nicht. Dieser blöde rote Bug. Oh mein Gott. Oh, was? Ich habe noch mit 35. Ich habe jeden Faktum. Jo. Ja, ne, ne. Objektiv completed. Excellent job. Big swoon detected. Bugabin, get ready. Brauche ich ja auch nur noch. Au. Oh nein. Ist gerade auch jede Menge gestorben da hinten. Schaden müsste ordentlich sein. Oh, das ist definitiv ordentlich. Potenzial. Was? Swarm detected. Get ready. He'll be with you shortly. Huuu. Legendary. It's my lucky day. Holy crap. I always waste my money on cosmetics. You're so sorry. Hey dog. This will do. This is perfectly built. Oh. Oh. Ich habe eine Schade. Okay. Eine Schade. Äh. Habe ich eigentlich schon meinen Drop? Irgendwann aufgepasst. Da muss man ein bisschen Leben erleben mit. Okay. Der Schaden, der ist definitiv fettig. Ich habe potenziell. Der Boss hier. One hit. Oh. Der ist wirklich. Der ist. Von. Ich brauche doch meinen Drop bitte. Komm schon. Äh. Was nehme ich denn mit dir? Oh. 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 Ein guter Freireiter brauchen wir nicht. Aber hier noch mal. Foh. Nicht schlecht. Yeah. Äh. Oh. Oh. Da liegt noch so viel EP. Oh. So viel EP wie hier rum liegt. und ich kann es nicht mitnehmen. Oh, ein Mist. Nehm ich, ne? Nehm ich und dann den mitnehmen und dann war's das. Ab auf Stage 4. So, komisch. Hier oben ist der Questgegenstand. Nice. Ich weiß, ich glaube auch Massen hat gestorben. Rufman. Rufman für noch mehr Schaden. Au. Na, wir haben gleich die Quest auch geschafft. Fek. Fek. Oh. Das schlubst schon aber tonnenweise da unten. Komm hier. Ingenier. Der Schlamm. Herkommen. Mehr EP. Piercing. Schaden. Komm. Was soll der Geiz? Ähm. Okay. Gut, das haben wir ja schon. Die drehen wir auch gut. Also lohnt sich gut aus. Wir könnten höchstens hier noch mehr Schaden mitnehmen. Schaden zu gut. Okay. So. 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 Ist ja überall Weihnachten. Leben. Status, Crit, Status, ähm, Boomerang, Waffenreichweite, Stromficker, sammelt nun Dinger auf. Ehh, überkomme ich. Ah, Boss kommt. Oh, der, der überlebt nicht. Der ist tot. Der Boss ist tot. Auf Deckung. Was flingert denn hier oben? Ist das? Ach, mein Drop! Nein! Not again! Komm schon! Oh, Bleipod. Genau. Kannst auch noch das mitnehmen. Alter! Schade! Keiner mit! Da! Nochmal! Kritt Chancen, wo sind wir drauf, 37, komm hier, 40, gib her! Ehh, generell nachladen. Generell nachladen. Das ist doch ein Mann, der mir gerade gut gefällt. Erhöht jeglichen Schaden. Ja, das ist doch. Ja, äh. Ja damit. Wir haben zwar nicht den Legendary genommen, aber ja, Granadestufe 1, ne? Was willst du da warten? Äh. Könnten höchstens noch mal gambeln? Und wir haben nur, ja, toll. Aha. Mehr Potenzial. Ja klar, werden wir noch stärker. So, hier oben sind zwei Bosse. Mal gucken. Okay. Okay. Okay, die sind seeeeenfach. 32.000. Holy crap. Das ist nicht mal gekürtet. Okay, wir buddeln uns gerade für einen weiteren mehr Schaden. Äh. Au. Danke. Nee. Ich brauch' ich erstmal nicht mehr Schaden. So. Was hab' ich gerade gesagt? Ich brauch' eigentlich nicht mehr Schaden. Nee, nee. Gut. Auf jeden. Auf jeden. 50.000 machen Kripp mittlerweile. Okay. Okay. Wo kommst du hin? Kann ich eigentlich hier? Ja. Ich frag' keinen Freund, wenn ich hier noch mehr Schaden mitnehme. Jetzt wird's langsam. Alter. Hier oben ist grad tonnenweise gestorben. Ja, was soll da Geiz? Ja. Ich kann's nicht genug von diesem rareren Schaden. Stopp. Ja. 51.000. 52.000. Au. Die Feuerrate brauch' ich eigentlich gar nicht. Ich werd' noch mehr Nitra finden. Ich brauch' erstmal nichts weiter an Nitra. Kann ich jetzt mit dem anderen Boss noch suchen. Oh. Hat mich irgendwas erwischt. Und hier oben brauch' ich noch nicht. Also. Und explodieren. Und explodieren. Und explodieren. Hier vorne brauch' ich nicht. Move-Man-Aus. So. Oh. Oh. Kann ich doch hier runter. Oder? Kann ich hier runter? Warte mal hier unten runterschießen, bitte. Danke. Oh. Oh. Puff. 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 Was hat denn das für'n Effekt noch? Feuer. 16.000 Schaden. Mhm. Okay. Hier unten ist der Boss. Oh. Da ist er direkt. tot. Ah. Das war dein Todesurteil. Ähm. Gut. Ähm. Ich wollte ja mal sehen, was die Posse noch so können, aber die sterben ja vorher. Ja. Bestes Wort auch. Bloodstitch. Und jetzt verkacken. Schaden. Ja. Schaden haben wir mit der. 16.000 Basis. Und Critschaden irgendwo plus 300%. Ja. Und start. Warte. Y'know. Einen weniger Dretnautalls zu sagen. Der Management bestellt ihn seine Redakte. Oh. Belohnung? Okay. Olsenhai. Oh. Äh. Schaden haben wir. Schaden pro Sekunde. Hmm. Reichlich. So, wir haben auch ein bisschen grünes Zeug aufgesammelt. Haben die das hier irgendwie korrigiert? Ne, ne? Oder irgendwas angepasst. Das ist immer noch bei 100. Da möchte ich einfach die Abbaugeschwindigkeit mir erst nennen. Immer noch so, hier haben wir ein bisschen grünes Zeug. Achso, da gehen wir auf 100. Ja, okay, ich vergesse es. Lebenspunkte, Leben, Rack. Leben, Rack, Rack. 50, immer noch 50. Ich glaube, das reicht nicht. Ne, reicht nicht. Oh, knapp. Okay, dann auf ein neues. So, wir haben gerade eine gute Runde gemacht. Dann proben wir hier nochmal den blöden Aufklärer. Ich rufe, ich rufe 50. Remember, you are on your own this time. There is no one to carry your body back to the drop part if you fail. So, na, da haben wir ja gehört. Oh ja, was. Wieder hier umdenken. Wollt ihr hier mitnehmen für EP oder? Ist das nur... Ah, doch. Bisschen EP gabs. Okay. ich komme jetzt vatermann die ultra schnellen roten auch mal, schon? Supply Pod schon da da komme ich nicht ran dodged Wie kommst du denn da dran, ne? Ah, Plasma. Oh, es ist der Rote wieder hier am Start. Ah! Den habe ich nicht gesehen. Nitrat direkt. Ja... Okay. Okay, Magnet, danke. Jetzt schon am Anfang? Okay. Uh, äh, nicht. Vielleicht hätte ich EP nehmen sollen, ne? Dieser blöde Rote Käfer hier. Piep. Abbauen, abbauen, durchrennen und... Wir brauchen noch zwei weitere Blumen. Ach, der Flattermann. Der Flattermann ist... Dofermann. Dofermann. Dofermann? Der Flattermann? Ich habe noch ein bisschen Gold. Flattermann. Da ist noch mal ein Lü... Nö... 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 So... Wir können nochmal nach unten schauen, was es irgendwie noch gibt und dann machen wir den Boss erfolgreich alle weg gedodged wenn ich hier nochmal kurz hier ja, fuck, das Ding halt noch weiter weg hier immer noch ein bisschen hingehen eine andere Runde einfach ein bisschen perfekt nice rein da das war schabby und nochmal EP verdienst zwei Legendaries fast hintereinander krass äh, was nehme ich mit auch Aufnahme reichweite auf jeden Fall nehmen wir hier noch den Nachlader gut hier hoch erstmal den Questgegenstand können wir noch gleich ein bisschen Nitra einsammeln wir müssen auch nochmal Nitra das ist gut oh, das hat hier oh, schöner Loot hier gerade äh, ja die kriegen glaube ich nicht auf 18 hochgeballert oh, au tschüss Leben sie bleiben ich brauche ich brauche mehr als noch ein bisschen Zucker ich brauche richtig viel Zucker wieso gibt es hier keinen Zucker überall hier gibt es sogar oh, das hat den Spot so kann man hier nochmal kurz rangehen hässlichen Idioten gekommen oh, toll da ist ja nichts passiert die sterben schon wieder nicht ich ein bisschen eine Sackasse oh, verter Mann ich brauche um ich brauche oh, was ist ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche Wir haben uns gut wieder hochgeheilt. Oh, sie sind wirklich so blöde Rote hier am Stab. Zucker. Au. Okay, 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 okay. I'm gonna go with this. Give it to me. I'll take it. Break the pie. Ich will ein bisschen Vorsprung rauswollen. Vielleicht noch mal ein bisschen irgendwo hier auf Schaden kommen. Den habe ich schon gehört. Und, jo. Okay. Alter, mal den bitte töten. Alter. Ich stirb doch. Alter, das ist eine Geburt. Das ist nicht alle Ruhe. Ich bin vielleicht keine Kuh. Äh, rein da. Boah, diese röten Flattermänner. Echt. Das ist natürlich auch stark. Und dann Projekt alle Waffen nochmal. Echt. 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 Äh. Nachraten. Ich werde hier nüchter was ich brauchen kann. Hier ist Zucker, hier ist auch Zucker, das ist gut. Hier haben wir ein bisschen Mieter, das ist auch gut. Kommt schon der erste Vatermann. Oh, 61. Ich muss mehr schaden. Ja, too rocky, ich gebe dir gleich too rocky. Hier ein bisschen dran. Immer ein bisschen mehr dran. Denk bis dahin weg. Und dann hier, guck mal. Äh. Na klar, der hat... Ich bin ein bisschen verrückt, wo ich hin will. Okay, so Blypods haben will. Oh, das ist ein Magnet. Ich muss die Frage, ob ich die niemals kriege. Umhacher. Umhacher. Oh, das wird auch so ein hässlicher. Oh. Okay, haben sie durch. Durch den Berg. Wir haben ja da oben noch die Magneten. Ich muss da nur da rüber rennen. Das soll mich schon aufhalten. Nur... Aber es ist hier nicht in Ordnung. Okay, den machen. Das ist perfekt für den Film. Ja. Ich bitte... Okay. Danke. Okay. Äh. Kritschung haben wir doch jetzt bei 54. Ich bin ein bisschen höher. Ich will es. Ich will es. Ich will es. Ich will es. Ich fühle mich besser. So sterben die alle nicht eigentlich. Du hast aber viel gestorben. Ich muss mal Gas geben, wenn sie hier außen rum. Äh. Hier. Ja. Hier ist EP überall. Schau. Hier ist richtig EP. Piercing. Hier ist aber hier, äh... Das war kein Schirm heftig los. Okay, dass wieder Sachen explodiert. Ah. Umdrehen. Umdrehen. Oh, wie die Quack, Molli. Faktil geht auf fast alles, ne? Noch mehr Schaden. Ah, Schaden. Schaden, Schaden ist gut. Noch mal. Und eine schöne große Fläche. Oh, die kommen gerade richtig beschissen. Oh. Oh. Leben wäre cool. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Okay. Umso mehr Zeit haben wir zum Level. Leben. Ich muss mich jetzt hier auch durchgehen. Da gibt's auch noch. Mut und EP. ja ich weiß ich soll jetzt darüber kommen doch, perfekt, haben wir hier noch irgendwo, leben, nein, kein Leben wird aber hier leben Boah. Puh. Äh. Nehme ich. Mehr E.P. Chance. Nachladen. Ich bin ein besserer Dwarf als gestern. Ich kann es nicht schaffen. Ich sollte ein Lawyer sein. Das war's mein ganzes Zucke. Ich hab's gesehen. Ich hab's auch Zucke. Das geht doch. Ich hab's gesagt hier oben. Ja, hier oben. Hier oben 100, 400. 200 oder so. 200 oder so. Hoch 50 gab's. Das Ding ist schon noch nicht kaputt gegangen. Oh, o. Und hier in Schaen durch. Oh! Nice. Uh. Hier und ich drum. Schön. Hier und glaube ich mits, hier oben. Alsg.'l Hier und ich gefunden habe. Oh, jetzt kommt dieser Rote schon wieder. Dieser Hessler. Boah, Alter. Stirb! Blute Sau. Nice. Decktipp. Hab ich. So. Leben wäre cool. Aber das ist auch nicht schlecht. Irgendwie. Oh, da ist schon mal ein Magnet getroffen. Lohne es auch nochmal. Leben. Boah, rennt denn da hin? So, jetzt aber hier 100% Nachladegeschwindigkeit, 100% Magazin und Feuerrate. Da sind 8 Direktionskugeln fallen nun in einem spiralförmigen Muster. Welches spiralförmige Muster? 8 Richtungen, sag ich auch. Plus 30% Schaden. Komm. Okay, wir müssen uns hier irgendwo durchbrütteln. Oh, moin. Kannst du hier bitte? Das ist zu packt für die Supplyparte, um zu landen. Please clear es. Ich werde euch alle töten. Wo sind wir da drüge? Das ist schon ein bisschen wie ein Christmastree. Wir haben einen Schroo in der kommen. Ja, wir haben den Hohen. Hier müssen wir den mitnehmen, ne? Nehme ich. Schaden plus Flow. EP. Wow. Oh, wir sind ja nur in den 40ern von FPS angekommen. Warum? Hab ich eigentlich schon mal einen Supplytrop? Ich glaube nicht. Irgendwann hat man mal gesagt, Gibt es noch ein Ding ins? Immer kneten. Ich komme da nicht durch. Uh, der Boss ist ja da. Der ist so ziemlich am aufregen. Wachen. Und Flappermann. Na, freilich. Das ist ja schon wieder ätzend hier. Da oben ist noch mal knelt. Best haben wir schon. Die müssen wir nicht mitnehmen. Okay. Schaden. Oh, jetzt kann ich nur den Boss zerstören, ne? Das muss doch genau passen. Oh, der ist auch noch gefreezt in dem Moment. Das war ja ungünstig für ihn. Wo muss ich hier hin? Ich muss nach unten. Warum bin ich hier nach oben? Okay. Ich muss nach unten. Geh mal hier. Musst du einen Platz haben? Alter, ich muss hier durch. Fünf Level brauche ich nur noch. Toll, jetzt kommt das. Okay, Feuerrate plus 35. Schaden. Krittchance. Und Rüstung. Jetzt schauen, wir sind jetzt bei 69. Na, das sieht doch gut aus. Leben haben wir auch genug. Das müsste ja fast passen. Leben haben wir auch genug. Das ist jetzt viel besser. Wir müssen hier auf den Sengu gehen. Wir sind hier. Beide. Was sagen wir hier dazu? Zu meinem Schaden? Ja. Überschrauber, ne? Nein, kommt. Irgendwas macht Freeze. Ah, okay. Der und der. Er macht ihn hier im Freeze. Schock. Feuer. Elektro. Oh, was freeze die Dinger hier? Da ist, dass der Nicht-Boss, äh, auch schnell ist. Nicht sterben. Okay. Ähm, nochmal mal. Oh, so schöner kann ich nur hier nicht geschaffen. Alle Bosse weg. Oh, sei. Wir drüben. Oh, ich hoffe, das Ei ist noch nicht ready. Komm, Boss. Doch, das ist ready. Ach, shit. Shit. Ich würde gerne vielleicht noch ein bisschen leveln hier ganz gut. Au. Ich kriege auf den Sack. Ich brauche eine große Fläche, muss ich mir noch ausheben. Ich bin ein Boss. Also, das hier funktioniert nicht mit einer großen Fläche. Dass die jetzt auch noch Fähigkeiten bekommen haben, das ist natürlich auch sehr interessant. Oh, vielleicht. Hier stehen bleibe ich. Oh, irgendwie vielleicht das Ganze hier kaputt. So. Wir müssen es noch leben. Okay. Heben haben wir eigentlich auch genug. Schadensoutputz auch vernünftig aus. Hier unten ist nur Todeszone. Können wir eigentlich hier schön versuchen zu leveln. Ähm. Oh, wir sind nur bei 34 FPS. Hier passiert zu viel. Kommt noch eine Reihe. Okay, jetzt kommt er. Jetzt wird es richtig hässlich. Die P-Verdienst bei Stufe 55. Okay, die können wir schön aufhalten. Oh, stimmt. Da schießt er jetzt. Oh, stimmt. Da schießt er jetzt. Oh, ich muss erst mal den einen kümmern hier. Ah, okay. Die heilen sich auf jeden Fall. Oh, ich mache Stufe 55. Das ist gut. Wenn es gut sieht, dann schießt er besser. Jeder weiß das. Hm. Das brauchen wir hier. Ein monströser Deutsch. Dann ist es der eine tot. Okay, wir haben eine schöne große Fische eigentlich. Ah, shit. Oh. Aber Stufe 55 haben wir geschafft. Und so schlecht war der One nicht. Puh. Sauerei war das nochmal aufregend hier. Aufnahme-Reichweite nehmen wir mit. Wir nehmen das hier auch mit und haben keine Kohle dafür. Perfekt. Ne gut, aber das war's für heute. Äh, krass. Wir haben das mit Stufe 55 geschafft hier. Das müssen wir nur noch durch 2000 Blöcke aus Fels und Stein buddeln. Da können wir mit dem Bohrer einfach durchballern und nehmen alles mit. Und hoffen, dass wir irgendwie vom Level her hochkommen. Dass wir vielleicht so weit wie möglich kommen, dass wir auf die 2000 Blöcke kommen. Aber das finden wir einfach das nächste Mal heraus. In dem Sinne für YouTube reingehauen und so. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020